Hallo Leute, willkommen zu dem nächsten Part von Let's Play. Wir sind schon doch sehr lange, wenn ich kepp. Ich glaube, es war auch schon dieses Scheiß-Licht, dieses Scheiß-Facken eingemacht, weil es so riesig gedauert hatte. Ich glaube, es war auch schon dieses Scheiß-Facken eingemacht, weil es so riesig gedauert hat. Ich glaube, es war auch schon dieses Scheiß-Facken eingemacht, weil es so riesig gedauert hat. Ich glaube, es war schon dieses Scheiß-Facken eingemacht. So, warte, das war so ein bisschen für diese Dagen gegnern. Und warte, ich hoffe jetzt ganz heiß, dass es besser. Ich hab von den Döntel noch richtig genutzt gesagt. Ich würde sagen, dass es das letzte Dagen ist. Ich hab von den Dagen gebeten. 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 Ich hab von den Dagen gebeten gebeten. Ich hab von den Dagen gebeten 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 gebeten. Das da wird beim Dagen gebeten 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 gebeten. Also werden wir schon putzen. Wow. 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 Was ist das denn? Ja Leute, das war's denn. Dann können wir gleich anfangen, das bei die Pratschen zu lernen. Dann haben wir gleich drei oder vier Pratschen-Element. Das ist ein Pratschen-Element. Was ist das denn? Kind, Kindersuf, weil sie sich trotzdem geäußert haben. Mein Name ist Gustav, der König von Hagel. Das ist ja gar nicht kleiner, der wird sich dann wild ausprobieren. Nur weil es sind wir, oder sind wir, der König von Hagel, aber ich krieg schon was geklappt, das ist einfach nicht hier. Ich könnte das eh mit übertragen. So, erstmal noch halbe Stück. So, nachdem... Ja, wunderbar. Jäu... ... ... ... ... Es ist auch so, dass wir uns nicht mehr aufhören können. Ich habe ihn wieder aufgehauen. Ich habe ihn wieder aufgehauen. Okay, oh, nice. Okay. Okay. Ja, das war ja zu schwer. Ein Gang, da? Ein Gang, da? Ja, das war ja zu einem Schloss. Du hast es gut gemacht. Möbel Möbel Ich habe den Fingern gespürt. Ich habe den Fingern gespürt. So. Dann wird drei Elemente. Wenn man die auswirken heißt die Sache. Oder ein bisschen. Oh, das will ich auch noch machen wo er ist. Das werden wir im nächsten Tag jetzt nicht mal das hier machen. Okay, dann kommen wir auch noch mal raus. Okay, dann kommen wir auch noch raus. So, wir werden jetzt das dritte Element übertragen. So. Ich habe recht. Uh, Headfall. Yay. So. I don't remember. Oh.